Ich heisse Michael Funk und bin hochsensibel. Zusammen mit Nina Eklund-Tega habe ich einen Film über Hochsensibilität gedreht. Jeder fünfte Mensch ist hochsensibel und mit dem Film Jeder Fünfte geben wir allen ein tieferes Verständnis und ein facettenreicheres Bild davon, wie es ist, hochsensibel zu sein. Ein Film über Hochsensibilität Hochsensibilität wird oft missverstanden und wir wollen mit dem Film die vielen Vorteile zeigen, die hochsensible Menschen haben, sowohl für sich selbst als auch für andere. In diesem Film zeigen wir die Bereiche, die hochsensible Menschen normalerweise als schwierig empfinden. Schule, Arbeit, Fest Wenn Sie selbst hochsensibel sind, mit einem hochsensiblen Menschen zusammenleben oder mit einem arbeiten, können Sie durch diesen Film Hochsensibilität besser verstehen lernen. Jeder Fünfte Ein Film über Hochsensibilität